Herzlich Willkommen zu meinem Erklärvideo aus der Reihe Geschichte kurz und einfach erklärt. Heute geht es um das Kapitel die Völkerwanderung und der Untergang des Weströmischen Reichs beim Thema alte Kulturen. Wie immer findest du in der Videobeschreibung Hinweise, wo du den Text bzw. das Skriptum zum Video und Übungsmaterialien finden kannst. Da du das Video auch anhalten, neu starten oder zurückspulen kannst, wirst du ganz nach deinem eigenen Tempo die Inhalte sicher gut verstehen können. Die Völkerwanderung und der Untergang des Weströmischen Reiches. Im Laufe der Jahrhunderte wurde es für die römischen Kaiser immer schwieriger, ihr riesiges Reich gut regieren und gegen äußere Feinde verteidigen zu können. Da ein kleineres Gebiet besser überblickbar und damit einfacher verwaltbar war, wurde das Römische Reich im 4. Jahrhundert nach Christus, im Jahr 395 nach Christus in ein West- und Oströmisches Reich geteilt. Das West- und Oströmische Reich wurden jeweils von einem Kaiser regiert. Die Hauptstadt des Weströmischen Reiches war Rom. Kaiser Konstantin ließ bereits im 4. Jahrhundert nach Christus den kleinen griechischen Ort Byzanz zur großen Stadt Konstantinopel ausbauen. Konstantinopel lag auf beiden Seiten des Posporus, jener Meerenge, zwischen dem Mittelmeer im Westen und dem Schwarzen Meer im Osten. Das Oströmische Reich wurde auch als byzardinisches Reich bezeichnet, da dessen Hauptstadt Konstantinopel auch den griechischen Namen Byzanz hatte und dort griechisch gesprochen wurde. Konstantinopel wurde nach der Eroberung durch die Osmanen, also die Türken, in der Mitte des 15. Jahrhunderts im Jahr 1453 über die Jahrhunderte hinweg die bevölkernsreichste Stadt der Türkei. Germanische Völker, wie zum Beispiel die Goten, Langobarden und Franken, versuchten in Europa über Jahrhunderte hinweg immer wieder in das Römische Reich einzudringen, um selbst einen Anteil am Wohlstand der Römer bekommen zu können. Diese Versuche der Einwanderung, auch als Migration bezeichnet, durch germanische und asiatische Völker vom 4. bis 6. Jahrhundert nach Christus, wird heute als Völkerwanderung bezeichnet. Es wurde für die Römer durch Gebietsverlust an ihrer Feinde und eine zunehmend schlechtere Wirtschaftslage immer schwieriger, Geld durch Steuern bei der eigenen Bevölkerung einzutreiben, um den Sold, also das Gehalt der Soldaten, Bau und erhalte Grenzbefestigungen wie den Limes mit seinen Mauern und Türmen finanzieren zu können. Innerhalb des Reiches kam es immer wieder zu kämpfen und politischen Morden, da unter anderem die Anführer römischer Armeen, der sogenannten Legionen, versuchten selbst Kaiser zu werden. Da zu wenige Römer bereit waren, ihr eigenes Land als Soldaten zu verteidigen, erlaubte man einigen germanischen Völkern innerhalb des Reiches zu siedeln, wenn diese bereit waren, als bezahlte Soldaten, sogenannte Söldner, für die Römer zu kämpfen. Als es aber zu heftigen Auseinandersetzungen mit anderen germanischen Stämmen an den Außengrenzen des Reiches kam, waren die germanischen Söldner nicht mehr bereit, gegen ihre eigenen Landsleute zu kämpfen. Als im 4. Jahrhundert nach Christus das asiatische Reitervolk der Hunnen unter ihrem Anführer Attila vom Osten her nach Europa kamen, vertrieben sie germanische Völker aus ihren Siedlungsgebieten. Infolge dieser Völkerwanderung flogen germanische Völker, wie zum Beispiel die Goten, Vandalen, Sachsen, Angeln, Franken und Langobarden vor den Hunnen und drangen in das Römische Reich ein. Den Germanen gelang es große Teile des Weströmischen Reiches zu obern und eigene Reiche bzw. Staaten wie zum Beispiel das Fränkische Reich zu gründen. Erst im Jahr 451, im 5. Jahrhundert also, konnte eine gemeinsame Armee von Römern und Germanen die Hunnen in einer Schlacht im heutigen Frankreich, der Schlacht auf den katalonischen Feldern, entscheidend zu besiegen. Die Hunnen waren danach auch nicht mehr mit ihrem Versuch erfolgreich Italien zu obern und zogen sich endgültig in den Osten zurück. Das Weströmische Reich war durch diese Auseinandersetzungen so sehr geschwächt, dass noch im 5. Jahrhundert, im Jahr 476, der letzte weströmische Kaiser, Romulus Augustulus, von germanischen Söldnern unter der Führung von Odoaca abgesetzt wurde und dann geschickt wurde. Damit endete das Weströmische Reich. Das Oströmische, das Byzantinische Reich, verlor über Jahrhunderte hinweg immer mehr Gebiete und konnte sich dennoch bis zur Oberung von Konstantinopel in der Mitte des 15. Jahrhunderts, im Jahr 1453, durch die Osmanen, also die Türken, heilten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. In den nächsten Videos, meiner nächsten Playlist, wird es dann um das Thema Mittelalter gehen. Wir sehen uns sicherlich bald wieder.